Was ist das hier? Dürfen wir hier hin? Hallo! Hey! Wer sagt Hallo? So, der Richard. Der folgt mir halt echt auf Schritt und Tritt, ne? Richard ist jetzt mein bester Freund. Oh, hier sieht der Wald aber nicht mehr so schön aus. Da sind doch Gegners! Also der Robin, der schlägt immer übelst verzögert. Oh, Richard! Ich hab keine Stamina mehr. Es macht eine Rittshot! Eine Stamina mehr! Okay. Oh! 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 Oh, oh, oh. Oh Richard, was machst du denn Buh? Gar nix, oder was? Oh, ich bin nicht. Oh no! Wo ist Richard, wenn man ihn brau? Oh no! Ernsthaft jetzt? Ich muss den ganzen Weg nochmal gehen. Was ist das für ein komisches Symbol? Oh no! Ich bin nicht im Kampf. Sag ich doch, bin ich im Kampf? Hier sieht's ja bescheiden aus. Oh, es ruckelt. Bei den Scheiterhaufen ist doch keine Resting Area. Gott, unser Schwert hat auch schon ganz schön gelitten. Es wird neblig. We know what that means. Ach, wir haben gar keinen Richard mehr. Doch. Ach. Ach. Boah, hört ihr die Musik? Checkpoint updated. Oh Gott. Es ist, die Musik ist so ein Wimmern. Wimmern. Alter, was machen die denn für Damage? Richard ist schon wieder tot, oder was? Was? Ich blocke die ganze Zeit. Was? Ich würde gerne wenigstens den einen erstmal. Gut. Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab halt keine Heilung mehr. Und Richard ist tot. Ähm... Ich hab keine Heilung mehr. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Aber wir sind doch da, oder? Wo sollen wir denn hin? Oh, die Musik macht mich echt wahnsinnig. Wie geht's dorthin, wo Licht ist? Oh nein. Ich werd's nicht schaffen, würde. 2 gegen 1 ist halt auch echt unfair. Ja. 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 Ich block die ganze Zeit, aber das interessiert die nicht. Ja. 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 Oh mein Gott! Oh ah, shit. Ich muss es jetzt nehmen. Was ist das denn jetzt? Boah, Leute. Ich habe einen Schlüssel. Okay, wir müssen Leben regenerieren. Und ich habe keinen... Ich habe einen Stamina-Trank, aber ein Stamina-Trank nützt mir nichts. Maximal Wein. Zieht mir aber über die... also mit der Zeit 30% Energie wieder ab. Wo ist denn hier bitte Castle Prison? Hallo? Und wie lang geht diese Demo? Oh, das ist ja unglaublich. Oh. Das ist ja unglaublich. Can you let me just grab one of the guards swords and help you out. Jetzt hilft uns Thomas. Thomas! Ich bin doch nicht so. Hören die doch! Oh, ich bin gerade echt angespannt. Ich glaube, hier kommen gleich Gegner. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Beach the Castle. Grounds. Und wieder zwei, ne? Thomas ist gleich tot. Was war denn das für ein Hit? Der Schlimmer ist bei Dead by Daylight. Ist hier noch ein Bogenschütze oder was? Wo ist denn der Bogenschütze? Oder ist das Thomas, der einfach nicht trifft? Oh shit, ich bin gleich tot. Nein! Nein! Oh, das ist echt anstrengend mit den Kämpfen. Ich muss sagen, auf die Kämpfe habe ich ihn nicht so. Oh, ne. Ne, 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 okay. Dann machen wir hier Schluss an dieser Stelle. Ich mache das nicht alles nochmal. Es tut mir echt leid, aber Die Demo war lang genug. Tschüss! Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Demo. Ich hatte schon so meinen Spaß, muss ich sagen. Aber es reicht jetzt auch. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Demo. Macht's gut. Tschüss! Tschüss!